Willkommen zur zweiten Folge von Deadpool. Wir öffnen jetzt mal die Türen. Ausgegeben! Äh, äh, äh... Äh, 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 Underwear? Hörst du, dass du sagen darfst? Hallo, Delivery für Mr. Deadpool. Nehmt deine Autografie hier bitte. Hm, achso, okay. Jawohl, ich bin bereit zum Metzeln. Hallo, Sir. Ich habe ein Package... So do I. Joink! Hehe, Package! Shit, as I suspected. Words, everywhere. Lame! We should read some of them. Fine. Szene 1. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 didi blah blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill What's-His-Face? Who cares? I'm making art here. Behold! Hm, not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! Ah, a sewer. Oh, quaint. Uh, does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Uh, player, read that shit. Do whatever High Moon says. Oh. Oh. Sweet! Jump button! Light attacks. Check. Heavy attacks. Got it. I command Goons to spawn, so we can test our match skills. Okay. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Dock Y, okay. Enemies can't hurt us, while we are teleporting. Cool. Can't hit what isn't there, baby. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Press the button when you see Icon above the enemy's head. Okay, we get it. Button's do stuff. Let's move on. What did you have on mind? Besides you two schmucks? One crate, please. Oh, god. Oh, god. The game is fatal. Oh. Oh. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Oh. Bouncehubs. Check. Boing. 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 Hey, wir nehmen keine Fallschmerzen, also geh nicht mehr. Oh, ein unversprechter Schmerz! Lass ihn sterben! Y oder, okay. In meinem Spiel, hast du für die Schmerzen gewonnen. Ja, und du hast die Schmerzen gewonnen, um die Schmerzen zu bekommen, um uns mehr Schmerzen zu machen. Das ist unmöglich. Ja, aber es ist die Schmerzen in den Spiel genannt. Es muss sein. Hey, Spieler, die Schmerzen aufbauen und sehen, was wir kaufen können. Okay. Motherfuck. Munition, alles klar. Hey, das ist großartig für Kombos. Wie viel haben wir überhaupt? A9000. Ist das 15% mehr Schaden? Das gibt's schon teuer oder? Oh. Oha. Okay. Wie viel Schmerzen, die wir töten, desto mehr Upgrade, die wir aufbauen können und mit unseren Punkten kaufen können. Ich möchte meinen Todspunkten für Schutz und Heilung. Ja, ich möchte meinen Todspunkten für Nugent und Kreme füllen. Aber ich glaube, das ist keine Option. Naja, kriegen wir noch ein paar extra Punkte. Finde ich nicht verkehrt. Also haben wir auch hier ein kleines Rollenspielsystem. Okay. 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 Highlight, tap jump while jumping towards the wall to perform a wall jump. Tada. Mega. So, habe ich jetzt irgendwas liegen lassen? Sieht nicht so aus. Ah. Oh, das ist gut. Oh, und den Wunsch-Button, den Mantel der Legen. Ich denke, ich brauche eine Entrance zu machen. Na gut, ich bin gespannt. Es ist Zeit, um BOOM zu gehen. Das ist was passiert, wenn man mit einem C4 mit einem Bogen-Burrito zu machen. Jetzt bin ich ehrlich, ich bin nicht der einzige, mit einer kleinen Böckchen in ihren Böckchen, oder? Tottelnsicht gibt's hier. Ah, verdammt. Penthous. Don't let that cloud get in here. Penthouse, huh? Time to hop the elevators. Plus. Where could they be? Why are we here again? Aha! We're getting paid to off some billionaire douche nozzle. That'd be media mogul chance-wise. It's ties to the mob, owns a private army, makes babies cry. Your classic easy-to-hate villain. What are we doing again? Elevators. Are you even paying attention? Of course I am. Make sure you were. Wow, you are one lucky guy. Because that would have taken most people's head clean off. Man. Ich hasse es, mit Kontroller zu ballern. Oh, ich mach's nicht jetzt put in. What do you think? Sharp, right? Oh. Okay, noch gibt's ja alles halbwegs, aber ich glaube, später werde ich echt Probleme kriegen. Okay, wer weiß schon, wofür das ist. Das nennt ich mal ne Eingangshalle. Upsi. We are locking Elevator access now. Troops should... Give me that. Listen, you little masked moron. Nobody comes into my house like this. I hope it was worth it. Hmm, the elevators are disabled. Oh, I know. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. Haha. I like this guy. We should keep him around. To maintenance. Shooter! Shooter! Calm down. Shoot the red box. Ah, okay. Reach for the skies. On the other side of the gate. Are you sure you're paying attention? Somebody get down there and shoot this clown. I am not a clown, sir. Ah, cool. Can you send it back? Or just, just don't lose it. Coming over. When this is just a little heavy. Haha. You're gonna want to have a doctor. Take a look at that. Ehm, hi our humans, okay. Ich brauche auf jeden Fall mehr Gesundheit. Wenn da Schützen kommen, sind wir total im Arsch. Äh, wo ist der hin? Ich brauche Theme-Musik. Ja, etwas so. Okay, ähm, und nun? Die fällig nicht auf. Was kaputt machen kann ich auch nicht. Von hier sind wir, glaube ich, jetzt gekommen. Hm, wahrscheinlich müssen wir da weiter. Ah, das ist, was ich denke, es ist. Jackpot! Ooh, schrecklich. Ich hoffe, diese Elevator funktionieren wieder. Ich bin so smart. Welcher von euch Pinheads? Schrauben die verdammten Kraft! Geh da und schrauben sie! Wir bekommen bestimmt nichts besuchen. Ah, toll. Hehehe, let's try something a little fancier. Ne, krieg ich doch. Ich bin so stark. Die höheren Ihr Kombi, desto schneller man kann erneut dem Momentum zu machen wie so. Das ist so, wie das. Wir können sich mehr Momentum umgehnteren, um die meine Wehle zu machen. Meine Kombi betrachten mehr Deadpool-T Fell, die mehr Wohlen-Türfen Ich habe ihn! Das würde viel leichter gehen, wenn meine Reputation überlebt mich. Ich denke, dass du die Survivoren musst, um das zu passieren. Wer darfst du den Master of Glib? Der Lieberer von One-Liners? Und der Schulter von Unkampfen? Just shoot'em! Wie die Böse sind die Böse? Hey, hey, hey! Ich habe den Gourl mit dem Schiff! Ich habe den Schiff! Ich habe den Schiff! Geht an! 2 zusätzliche Schiff für nur 9.99$! Hey, hey, hey! Ich habe den Gourl mit dem Schiff! Ich habe den Schiff! Ich habe den Schiff! Alter Falter! Das ist jetzt... ...doof gelaufen insgesamt. Ich guck mal ins Menü. Oh, wir können uns noch nicht mehr Gesundheit kaufen. Nein! Na gut. Nun machen wir es mal in Folgenpäuschen. Spitze bedanke mich. So, Spitze bedanke mich. Spitze bedanke mich, mein Gott. Bis denn, ey!